Musik Ahu Okamis und herzlich willkommen zur neuen Folge Let's Play Star Stable Online. Es geht los, wir haben den ersten Regenbogen gefunden, hier der jetzt gerade irgendwie unsichtbar ist, wahrscheinlich weil wir zu nah dran stehen. Ähm, jedenfalls haben wir Sean entdeckt. Brrfk. Du bist wer? Mein Gold hast du gesehen? Brrfk. Regenbogen gebrochen, Regenbogen immer abstürzen, mein Gold geflogen in alle Richtungen. Brrfk. Mensch sucht Gold, ja? Mensch finden Gold, ich gebe Geschenk, klingt gut? Regenbogen Gold schwer zu fangen ist, muss richtig machen, nicht zu schnell, nicht zu langsam sein. Schwer das ist, aber meine Gabe wert es ist. Ich warte hier nun, Regenbogen wandert, ich wander, Mensch mich wiederfinden. Knirscht. Ok, so, suche nach dem Regenbogengold. Um Regenbogengold zu finden, solltest du nach Hügeln in der Nähe des Regenbogens Ausschau halten. Du gelangst dann zu einem Minispiel, mit dem du Hügel durchsuchst und je besser du abschneidest, desto mehr Gold kannst du finden. Sprich mit Sean, wenn du genug Regenbogengold gefunden hast und tausch es gegen schöne Geschenke ein. Der Regenbogen bewegt sich oft, also beeil dich, wenn er plötzlich irgendwo anders erscheint. Wenn du Glück hast, kannst du eine ganze Weile suchen, bevor er wieder verschwindet. Ähm, es kann sein, dass der Regenbogen an Orten auftaucht, die du noch nicht besuchen kannst. Wenn das der Fall ist, warte einfach, bis er woanders erscheint. Vergiss nicht, dass der Regenbogen nur tagsüber zu sehen ist. So, wir müssen jetzt hier also so kleine Häufeln finden. Das kennen wir noch von letztem Jahr. Und, äh, neben Steves Farm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss jetzt erstmal gucken. Ja, 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 Moment. Ich muss das jetzt erst einmal machen, ob das wirklich noch exakt das ist von letztem Jahr. Letztes Jahr musste man jedenfalls... Es ist genau das Gleiche, okay. Das ist traurig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von Star Stable. Weil dieses Regenbogen-Event, das sie nicht mal richtig hochladen konnten... Verdammt. Das war jetzt so sieben, aber egal, sieben haben, nicht haben. Ähm, das mit den Regenbögen hier und das Wolkenreich ist exakt das Gleiche. Hier ins Wolkenreich gehen wir gleich auch noch, keine Sorge. Äh, da gibt es nämlich auch noch einiges zu zu sagen. Ich war da jetzt schon einmal drin, weil es keine Quest gab, die ich machen musste, um dorthin zu dürfen. Aber das gucken wir uns gleich mal an und dann erkläre ich euch, was mich daran stört, an diesem ganzen Event. Jetzt machen wir erstmal hier weiter. So. Ich meine, natürlich ist es cool, es ist was... Och, verdammt. Diese Bonbons sind schnell zusammengesucht. Ich bin aktuell noch nicht wieder wirklich gut darin. Ich muss da erstmal wieder reinkommen. Ist ja auch ein Jahr her, dass ich das gemacht habe. Ne, über ein Jahr. So, also ich fange einfach währenddessen mal an, aufzuzählen, was mich stört. Natürlich, ne, jetzt denk nicht, dass ich Star Stable nur haten will und so. Ich finde das Update okay, es ist schön. Und ich freue mich ja auch, dass wir das Event hier wieder haben. Beziehungsweise, dass die das jetzt zusammengefügt haben zu einem. Ist ja cool. Aber, es ist halt, wie gesagt, exakt das gleiche wie letztes Jahr. Die Stellen sind exakt die gleichen. Das Spiel ist exakt das gleiche. Was neu ist, ist die Belohnung, die man im Endeffekt dafür bekommt. Ähm, ja. Jetzt weiß ich, wo das Problem ist. Letztes Jahr musste man immer so ein kleines bisschen drücken, bevor der das erreicht, weil er ein bisschen verzögert reagiert hat. Dieses Jahr reagiert er aber rechtzeitig. Das heißt, man muss wirklich darauf achten, wann er dort ist. Und, okay, das ist halt anders. Deswegen habe ich es jetzt eben nicht hingekriegt. Okay, okay, okay. Gut, dann schaffen wir es ja ab jetzt. Ähm, ja, das Einzige ist halt, wie gesagt, was anders ist. Von der Regenbogengold-Suche ist die Belohnung. Das ist ein neues Outfit, so ein Regenbogen-Outfit. Da sehen wir schon mal die Strümpfe, beziehungsweise mit Hose und die Decke. Und ich kann nicht absteigen. Ich kann mir gleich fast das ganze Outfit zeigen. Ja, man hat das Outfit auf jeden Fall wohl sehr schnell zusammen. Kann ich jetzt mal bitte absteigen? Dankeschön. Muss ich erst eine halbe Weltreise machen. Also, das ist mein vierter Regenbogen und ich habe über 300 von diesen Dingern hier missvermittelt. Yay. Verdammt. Ja, das war jetzt ein bisschen übernommen. Rauf da. Zu jeder halben und jeder vollen Stunde taucht der Regenbogen an einem anderen Ort auf. Die Orte, wo, weiß ich jetzt leider nicht alle auswendig, aber es ist halt, wie gesagt, wie letztes Jahr. Also, da hinten vor Feargroove, vergessene Felder in Epona, hinten irgendwo hier. Dann hinten da in der Nähe von dem Hasenrennen, da auf der Wiese. Und, ähm, ja. Für Starstable wäre die Grenze zur Nacht hin um, ich weiß nicht, um, entweder um, ähm, Highlink. Um sieben. Voll, ich habe die Bonbons nicht gekriegt bei meinem Rucksack. Ah, ja, das hat Starstable aber gesagt. Achte drauf, dass du ein Rucksack läst. Du kannst die, du kannst die Stapeln, die Dinger, ne? Ich weiß, das habe ich jetzt auch gemacht, aber mein Rucksack ist voll mit diesen Hosen. Das sollte ich wahrscheinlich gleich auch mal machen. Wenn ich habe vier Hosen oder so und fünf von diesen Satteltaschen, tu sie weg. Schmeiß weg die. Ich muss nicht mal zu einem Shop hin. Brauche ich gar nicht. Ich kann ja wegwerfen, ne? Das ist so eine Mülltonne oder so. Ja, ja, du hast eine Mülltonne im Inventar. Und wenn sie eh nichts bringen, dann... Wenn die eh kein Geld bringen. Genau, das ist noch neu. Ich meine, letztes Jahr konnte man die Sachen für Geld eintauschen. Ich hatte jetzt eigentlich vorgehabt, wenn ich mit der Regenbogensuche starte, dafür das Fortuna-Event-Outfit von letztem Jahr anzuziehen. Allerdings ist das aber ein bisschen hässlich. Beide, auf jeden Fall. Stimmt, es gab zwei, es gibt zwei, genau. Ach, verdammt. Mann. Ich habe, glaube ich, sogar schon drei Stück und sie sind alle drei total hässlich. Wie viele habe ich denn jetzt? Wie viele Häufchen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Es fehlen also noch vier Häufchen. Also, ich habe hier gerade eine Liste, wo die überall auftauchen können, die Regenbögen. Ja, dann lies doch mal vor. Wir haben Golden Hills, dann die Unglücksrabenfarm, der Dews in Epona, die Vergessenenfelder, der Vaildaysee, die Everwindfelder, die Goldenenfelder und vier Hüls. Ja, die Goldenenfelder sind wir ja gerade. Ach, come on. Da bin ich jetzt irgendwie wirklich gerade nicht gut drin. Sorry. Das ist die Frage, wo sind die letzten zwei Stellen? Hier ist noch eine. Und da drüben ist noch die letzte. Okay. Sollten wir doch schaffen, ne? Wir haben, ja, ich habe noch zwölf Minuten. Also, man hat von halb bis fünfzig und von Punkt bis zwanzig nach Zeit zu sammeln. Dann verschwindet der Regenbogen für zehn Minuten. Wie gesagt, wundert euch nicht, wenn ihr den nicht direkt seht, wenn ihr euch einloggt. Falls eure Freunde euch beispielsweise schreiben, kommt schnell on. Der ist jetzt hier gerade in Silverglade, der Regenbogen. Und ihr seht den da nicht, wundert euch nicht. Ihr müsst online sein und zu dem Zeitpunkt, wo der quasi auftaucht, damit ihr ihn sehen könnt. Genau. Genau. Ich weiß noch gar nicht, wenn ich diese Folge rausbringe. Ich denke aber mal im Laufe der nächsten Woche. Also ist da auf jeden Fall noch das Regenbogen-Event. Das Regenbogen-Festival. Mir ist auch aufgefallen, wundert euch nicht, bei dem Outfit, was ihr bei diesem Regenbogen-Event bekommt. Ihr könnt den Sattel nicht auf alle Pferde drauf tun, weil das genau dasselbe Modell ist, wie die neuen Sattel, die man jetzt reinbekommen hat von Linda. Sehr schön. Ja, genau. Achso, und die Theorie, die ich aufgestellt hatte, was ich eben anreißen wollte. Dadurch, dass ja die Zeit, wann das Ganze verschwindet, so ein bisschen... Ich habe doch noch einen Platz übrig. So ein bisschen beschnipst gewählt worden sind von Star Stable, habe ich die Vermutung aufgestellt, dass sie das Ganze jetzt ein bisschen länger abends laufen lassen. Dadurch, dass uns ja zwei Tage fehlen. Ich bezweifle, dass die das nämlich jetzt irgendwie länger drin lassen, das Update. Es sehe Star Stable nämlich ähnlich, mich da trotzdem am vorher angekündigten Tag verschwinden zu lassen, das Ganze. Das wäre so eine typische Star Stable-Aktion. Definitiv ja, auf jeden Fall. Definitiv ja. Ja, ich finde es jetzt gerade... Ach Leute, das ist mir auch ehrlich gesagt gerade jetzt nicht so wichtig. Für dieses Outfit würde ich jetzt nicht sterben. Also grundsätzlich das schlechteste Event, was Star Stable Jahr für Jahr reinbringt, ist das Fortuna-Festival. Meiner Meinung nach. Oh Leute. Ich finde da andere Events besser. Siehe Weihnachten, siehe Halloween. Also ich habe immer Spaß daran, die ganzen Geister-Suchen zu gehen oder die Eier oder so, aber das Fortuna-Festival finde ich irgendwie einfach nur nervig. Sorry, aber ich muss mich gerade hier mal alle auf Igno setzen. Ich komme einfach nicht an Sean ran. Ja, da stehen so viele Leute rum. Du stehst auch direkt vor ihm. Ja. Ganz schlimm, wenn da viele NPCs stehen. So, also für sieben kriegt man irgendeine Sache. Sieben Mal das Soundzeug. Sieben Mal das Soundzeug. Hat das eigentlich irgendwas an Werten? Ich glaube, ich habe jetzt gerade auch schon zweimal das Soundzeug gekriegt. Nein, ich habe mal eine gesehen, die das komplette Outfit schon anhat und nicht ein einziges Teil davon hat irgendwelche Werte. Schön. Okay, Leute. Ich glaube, ich habe das komplette Outfit ausprobiert. Genau. Ich habe Schuhe, Hose, Oberteil, Handschuhe, Helm. Oh, genau einmal noch kann ich eintauschen. Perfekt. Decke und Decke. Also habe ich im Schnitt immer sieben gekriegt. Wo bist du? Angelina, willst du sehen? Hier. Ich stehe direkt neben mir. Ah, warte, ich habe Satteltauschen vergesetzt. Ach, das bist du. Okay, also, ja. Aber nicht die Schleifen, ne? Die gehören nicht dazu. Nee. Das habe ich mir schon gedacht. Das gibt es auch keine. Okay, ich muss sagen, das Outfit, man sieht, dass es eher modern ist. Das ist ein eher neuerer Stil von Sachen. Besonders der Sattel finde ich eigentlich gar nicht mal so hässlich, muss ich gestehen. Die menschlichen Klamotten, darüber will ich nicht reden. Da kann ich nichts Positives drüber sagen. Doch das T-Shirt finde ich cool, wenn man es so solo trägt. Dann könnte man es so, keine Ahnung, im CSD tragen. Okay, also haben wir insgesamt Christopher Street Day gerade. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist vorhin? Alegria ist jetzt über die Regenbogenbrücke gegangen und jetzt kommt das Regenbogen-Event. Irgendwie voll passend gerade. Naja. Philosophisch. Philosophisch. Okay, also ich habe jetzt schon die Decke. Das Zaumzeug, das Zaumzeug, das Zaumzeug. Den Sattel. Na, ziehst du den wohl an? Oh mein Gott. Ich hatte gerade bei einer Kante eher das Zaumzeug. Und die Gamaschos. Das wäre schlecht gewesen. Boah, das wäre sehr schlecht gewesen. Ich sollte mal meine Sachen, die hier, ne, prismatisches. Prismat. Ja, das heißt alles Prismatisches. Okay. Prisma und so, ne? Aha. So meine Sachen erstmal in Sicherheit bringen. Gott, dieser Held. Das einzig Interessante ist mir gerade mal so aufgefallen, was in diesem Update dazugekommen ist, dass man nicht mehr an NPCs stoppt, sondern einfach an den durchrennt. Ja, das ist ja wieder neu. Das hatten sie geschrieben. Ähm, jo, ich würde dann sagen, flitzen wir jetzt einmal rüber ins Wolkenreich und können dann nachher vielleicht noch ein, ähm, ein, äh, 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 hilf mir, Regenbogen abpassen. Hallo, Auto. Dann machen wir mal ein bisschen darüber. Und dann können wir uns jetzt auch schon anfangen, über diese Sache aufzuregen. Und zwar, wenn ich Star Stable wäre... Ah ja, und die Parade können wir ja auch machen, doch. Die kommt zur vollen Stunde, ne? Ich hab keine Ahnung. Ich mein, zur vollen Stunde ist das... Können ja gleich mal gucken gehen. Ich hab die schon mehrmals gesehen, äh, zu füllen. Oh, guck mal. Oh, das ist ja gerade Match, die Sekunde. Seid ihr im Wolkenkönigreich? All right, so. Wampnell haben wir. Praktisch. Wundervoll, wenn man 65 Münzen wäre. Ah, sehr schön. Haben wir was herausgefunden? Ich hab noch nicht im letzten Jahr, glaube ich. Und zwar, diese goldenen Eier kann man tatsächlich, äh, gegen Geld eintauschen. Das heißt, wenn ihr das ganze Outfit komplett habt, dann tauscht es bloß nicht mehr gegen Klamotten ein, denn die könnt ihr leider nicht für Geld eintauschen. Die sind absolut nichts wert, da Verkaufpreis 0, 0, 0. Wenn ihr das Outfit also komplett habt, dann, ähm, tauscht die restlichen goldenen Eier einfach ein gegen, äh, Geld. Oder tut sie in euren Schrank, dann habt ihr eine Geldanlage, falls ihr irgendwann mal Jorvik Schilling gebraucht, wenn ihr euch was kaufen wollt. Oder für nächstes Jahr, falls ihr meinten, vielleicht hab ich nächstes Jahr nicht so viel Zeit. Es werden wahrscheinlich genau die gleichen sein, die werden wieder funktionieren. So, und dann fangen wir hier mal an, uns anzugucken, was ist denn hier so neu. Spoiler, nichts. So, also, es ist tatsächlich, es ist tatsächlich einfach... Was ist das für ein Geräusch? Ach, das ist mein Melder, Moment. Alright, ähm, ja, also, wir sind ja hier letztes Jahr raus. Letztes Jahr, als wir hier rausgegangen sind aus dem Wolkenreich, hatte ich die Mika-Stonghorn-Sachen gekauft und alles gefunden von diesen Items, die man hier suchen sollte, um dieses Haustier, was eigentlich einfach nur Kempel in der Satteltasche ist, zu bekommen. Und ja, also, was soll ich sagen? Hier steht, und jetzt, kein Spaß, ne, ich hab hier nichts, ich hab hier nichts gemacht dieses Jahr bisher, ne. Items 7 von 7. Ja, hab ich quasi schon erledigt. Toll, muss ich nichts mehr machen. Jetzt gehen wir hier mal in diesen sagenumwobenen tollen Shop. Wow, ist der Hammer. Mann, kann ich hier viel kaufen. Nichts, weil ich es letztes Jahr schon gekauft hab. Das ist echt traurig. Die haben nicht mal sich die Mühe gemacht, die Sachen da neu reinzusortieren, sondern sie haben wirklich einfach das Wolkenreich, das sie damals aus den Dateien rausgenommen haben, so wie es war, wieder reingetan. So, dann gibt es hier ja noch... Ja, wir haben so... Aber trotzdem, machen wir es mal da. Dann gibt es hier ja noch dieses Klasse-Rennen. Das gucken wir uns dann auch nochmal an, weil das ja so neu ist. Nicht wahr, Star Stable? Ha, ha, ha. Ha. Es tut mir leid, ich kann meine Enttäuschung einfach nicht verstecken. Das wäre Fake und ich will nicht faken. Ich bin nicht Satz. Spaß. Sie haben gesagt, sie machen so ein tolles neues Event. Ich zeige euch, wie das hier aussieht. Ne, man kann hier sagen, toll, hier sieht man eine Bestenliste, richtig schick. Äh, uh, ich bin schlecht. Ja, es geht darum, die goldenen Hufeisen... Oh, gar nicht verpackt. Die goldenen Hufeisen einzusammeln. Krieg alle, kriegst du die meisten XP. Ist ein bisschen tricky, muss man ein bisschen herumprobieren. Die kommen einem teilweise auch ein bisschen entgegen geflogen schon. Also, wie man das machen soll, dass man möglichst schnell und möglichst alle Hufeisen hat, das weiß ich nicht. Ich denke mal, man muss da zweimal laufen, einmal einsammeln und einmal so schnell es geht durch. Ich sage euch direkt, ich mag dieses Rennen nicht. Du kannst ja gar nicht bei einem Lauf alle einsammeln. Ne, das funktioniert nicht. Du hast ja zwei verschiedene Wege, hast du an der einen Stufe. Ja, aber du rennst ja ja zweimal lang. Ist doch nicht dein Ernst, lass mich doch einfach da! Nicht so rumschreien, bitte. Ja, ich gebe mir nur noch voll weg. So, also, es ist hier ein bisschen rutschig. Und alter, wie das hängt! Und ich bin wieder runtergefallen. Ich will die Hufeisen haben. Gott! Star Sable, dass ihr das nicht mal clean da reinmachen konntet, irgendwie ohne dieses Gehänge. Ist ja schrecklich. Zack, zack, zack. Einmal abheben, bitte. So, jetzt springen wir direkt nach oben. Tun wir nicht. Okay. Das hat gut funktioniert. Wie wollen, dass man läuft? Wie verkrüppelt. Durch da, durch da, durch da. Schaffst du. Sehr schön. So, die haben wir noch ein bisschen Tempo wieder zu. Aber vorsichtig, nicht, dass wir hier runterfliegen. Danke, Star Sable, danke. Sagte sie einen Flug runter. Sehr schön. Ach hier, wie soll man die alle einsammeln, wenn die komplett breit liegen? Da muss ja wirklich stehen bleiben und einmal quer über die Rennbahn flitzen. Einmal so schön schreck drüber laufen. Anders kommst du da ja gar nicht ran. Wie, wo muss ich jetzt hin? Ich habe doch da keinen Zeitdruck. Ja gut, ich würde schon einmal ganz gerne da ein bisschen zügig durch. Sag das nicht, du hast irgendwann Zeitdruck. Weil irgendwann bricht ja das Rennen nämlich dann einfach ab, weil du zu lang gebraucht hast. Oh ja, das hatte ich letztes Jahr. Da war ich nämlich noch echt schlecht und niedrig vom Level her. Also hier auch nochmal die fehlenden einsammeln. Ich meine, man läuft jetzt quasi die gleiche Strecke nochmal. Und das sind die, die ich quasi eben übrig gelassen habe. Ohne runterzufallen. Uh, es wird besser. Sehr schön, sehr schön. Ja, hier waren wir eben schon. Ich habe... Okay, jetzt waren wir da einmal runter. Genau, und jetzt muss ich gucken, dass ich da hochkomme. Dafür muss ich hier auf diesen Wirbel drauf. Ha, jetzt hat es geklappt. Und ich fliege hier nicht runter. So. Hä? Ja, Star Stable, du hast da irgendwie was nicht hingekriegt. Dein Pferd ist noch ein Level aufgestiegen. Ich würde sagen, es ist Star Stables Job, mich darüber zu fliegen. Kann ich nicht steuern, wenn ich da so, ne? Jetzt fehlen mir, glaube ich, zwei Hufeisen von da hinten. Aber ansonsten müsste ich jetzt bisher alles haben. Und wieder gehe ich einmal abtauchen. Zack. Also ich habe ja gestern 67 von 70 eingesammelt und hatte trotzdem nur einen Stengel. Hey, ich habe einfach mal 68 von 70 und habe nur einen. Ich habe 69 und habe zwei. Hihihi. Naja, immerhin 250 XP gekriegt. Das ist eine ganze Stange. Ich habe so das Gefühl, dass man das halt auch, also die Vermutung, dass nicht nur die Hufeisen eine Rolle spielen, sondern auch, wie du durch die, also wie oft du von der Regenbogenstrecke runterfällst, wie schnell deine Zeit ist. Naja. Wie schnell du auf der Strecke läufst, das ist wahrscheinlich alles noch ein... Komm, wir gucken uns hier noch so ein bisschen um. Wir gucken uns das hier noch alles so ein bisschen an. In ganzen sieben Minuten kommt der nächste Regenbogen. Ja. Nur der Vollständigkeit halber. Ich meine, wir haben uns das alles schon mal angesehen. Spoiler. Spoiler, das ist nichts Neues. Wenn ich da jetzt reinspringe, dann fliege ich nur wieder so einmal weg. Das können wir nachher machen. Ich würde jetzt gerne erstmal hier einmal nach oben. Zu der coolen Rutsche, weil die ist echt cool. Die ist cool. Die mag ich. Ja, immer auf die Wolken hier springen. Einmal springen, einmal springen. Ha! Oh, ich hatte das höher in Erinnerung. Dass man da höher springt. Oh, fail. Hui! Oh, da kommen sie bei dir vorbeigefahren. Jetzt müssen wir irgendwie da hoch. Wie gangte das nochmal? Ach genau, hier lang. Ah, mal höher. Ah genau, und hier ist auch dieser Picknickplatz noch. Genau, den gab es auch letztes Jahr schon. Wupp! Kann man dann mal picknicken gehen. Tschö! Und jetzt geht sie einmal nach oben. Hier stehen dann übrigens auch irgendwelche Sachen. Und dann kann man hier runterrutschen. Lass mich mal durch. Jeeha! Jeeha! Aber, äh... Ha, ha, ha. Okay, das ist ganz cool. Das muss ich zugeben, aber... Sag ich dir mal sagen, was noch fehlt? Was denn? Starstable, du bist unfähig. Was denn? Es fehlen immer noch diese Hufeisen, die man einmal pro Tag einsammeln kann, damit man die extra EP für das Berd kriegt. Da stand nämlich auch mit in der News. Ich wusste doch, dass da was fehlt. Ja, gut. Da muss man die immer in dieser Welt anfangen. Das weiß ich noch. Stimmt, ja, ja, stimmt. Und die hat auch ganz gar nicht mehr so schlecht. Stimmt, das reicht. Ja. Ja, hat Starstable auch ganz toll hinbekommen. An der Stelle wieder, ne? Wie gesagt, ich will nicht haten, aber es ist halt nichts Neues. Und das Event dann als so ein tolles, neues, allererstes Regenbogenfestival zu verkaufen, finde ich schon so ein bisschen dreist von Starstable. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich laufe jetzt gerade dieses Sahnetörtchen hier hoch. Mal zwei Tage Server down. Besondheit. Und dafür, dass einfach nichts Neues, sogar noch weniger als das von letztem Mal da ist, ist schon leid. Es war ein Tag Server down, abends war die Server wieder da, aber ohne das Update. Dann Donnerstag ohne Update. Und dann Freitag Server nochmal down, Update drauf und nichts Neues. Ja, zwei Tage Server down. Insgesamt. Ja, gut. Bis die ganzen Tage, aber abends zwei Tage. Für mehrere Stunden. Also man kann hier die ganze Zeit hin und her und rum fliegen. Ähm, ja. Ja, ich fliege. Das ist ganz cool. Wo bringst du mich eigentlich hin? Ach, hier oben, ne? Hui! Mein Pony ist ein Pegasus. Ich fliege gerne durch die Gegend. Mit meinen 2D animierten Flügeln. Richtig schick. Ja, also wie gesagt, ich fand das Wolkenreich letztes Jahr schon cool, ne? Es ist cool, es sieht toll aus. Klar, keine Frage und es ist was Besonderes. Aber es ist halt nichts Neues. Und es ist dann alles so neu zu verkaufen. Ich würde so gerne mal in dieses Schloss da hinten, das ist cool. Ich weiß nicht. Ich finde es schade. Soll ich dir jetzt mal, ähm, soll ich dir jetzt mal was verraten? Verrat mir was. Früher, als dir das, als dir das Wolkenreich, das aller, allererste Mal reingebracht hat, reingebracht haben, gab es wirklich ohne Scheiß nur da vorne, da wo Mika steht. Mhm. Und das hier, wo es da zum Regenbogenrennen gibt. Das, da oben alles, der Kram, den gab es früher nicht. Mhm. Kommst du mit runter zur Parade? Die startet jetzt in, äh, drei Minuten. Ja, ich komme. Da würde ich ganz gerne einmal mitreiten, dass wir das einfach der Vollständigkeit aber auch immer gemacht haben, ne? Dass wir das alles einmal jetzt zeichnet haben. Und was ich dann das erste Mal in drei Folgen gepackt habe, packe ich diesmal in eine, weil wir es, wie gesagt, einfach alles schon kennen. Wir müssen die Sachen nicht mehr suchen. Die Mika-Strom-Gott-Sachen habe ich alle schon. Das Regenbogenjolt, das werde ich jetzt noch sammeln in der nächsten Folge Let's Play Stars Devil Online. Zeige ich euch dann noch das gesamte Outfit, wenn ich das einmal trage. Und fertig ist dann. Die fangen den Morland da unten an. Ja, ja, hier, wo die, wo die, hier, wo die Schilder stehen. Da sind schon Amelie, Alina und ich und warten. Ganz fleißig. Aufs Parätschen. Und sobald die Parade dann losgeht, taucht auch der nächste Regenbogen auf, den ich mir dann gleich direkt schnappen würde. Das heißt, ich würde da gleich dann direkt hin. Ja, ich auch. Das nehme ich dann aber nicht auf. Ich könnte aber gucken, ob ich die Aufnahme auf Stopp mache und euch dann quasi danach zeige, falls ich noch was Schönes, Neues, Außergewöhnliches gekriegt habe. Das wäre natürlich ganz nett. Wir gucken uns das einmal an. Da ist eine Lucia. Fortuna-Weste noch holen, die die uns gemacht haben. Weil es gab ja früher zum Fortuna-Festival ja auch noch die Quest, wo man den Bobcats geholfen hat, die Parade vorzubereiten. Ah ja, richtig. Ja, die Quest gibt es auch nicht, ne? Dabei hieß es so doch, dass man denen irgendwie helfen soll, die vorzubereiten, ne? Ja. Also es ist tatsächlich einfach noch weniger. Und ganz ehrlich, Starstable, mal eine Message an euch. Ihr hättet da so viel machen können. Das Regenbogenland, das ist, das... Bietet doch die Möglichkeiten, so viel zu machen. So viel. Ihr hättet alles daraus machen können. Aber nein, ihr entscheidet euch weniger, als es damals war, rauszubringen. Aber ich muss Starstable aber jetzt auch mal an einer Stelle loben. Ich bin sehr froh darüber, dass sie das Fortuna-Festival in der Hauptwelt gelassen haben. Achso, ja, du hast ja geglaubt, dass das eben noch eine eigene Welt, ne? Auch so eine Zuckerwatte-Wolkenwelt gekommen ist, wie sie halb Halloween letztes Jahr schon in die Welt des Galoppräters verbannt haben und Weihnachten in das Weihnachtsdorf verbannt haben. Äh, Link, wo hattest du hin? Oh nein, dann geben wir mein altes Weihnachtsfest wieder. Ich bin so, meine alte Weihnachtsfest wieder. Oh je. Ja. Die waren so schön. Ich muss sagen, das Outfit, ne, das gefällt mir dieses Jahr deutlich besser als letztes Jahr. Letztes Jahr dieses grüne... Das war wirklich schlimm. Weißt du, aber mich das erinnert? Hä? Hast du das schon mal gesehen bei Carolin Käfe? Ja, mit dem Grünkohl. Mit dem Grünkohl. Spinat. Ja. Ja, wir warten jetzt hier einfach erstmal, bis es losgeht. Oh, sie sind einfach gespawnt. Ich gehe in die Mitte. Ja, komm her. Ich reihe mich mal hier hinter dem Konnemara ein. Nein, ich will hinter das schwarze nordschwedische Kaltblut. Hä? Achso, ja, mal... Ich stehe hinter einem Hannoveraner! Ich stehe hinter einem Hannoveraner! Ah! Da darf kein Friesen mit, kann das sein? Die haben irgendwie nur... Doch, ganz vorne. Ach nee, das ist Alina. Oder ein Konnemara-Pony oder Hannoveraner. Ja, die... Ist auch was dazwischen. Ja. Ach, die Lipizzana ist da vorne auch noch. Sehr schön, ne? Ja. Link, kommst du? Wollt ihr so vielleicht... Okay. Conny müsste eigentlich auf die andere Seite von dir. Zur Parade, die geht jetzt gleich los. Also jetzt eigentlich. Wir haben einen Punkt. Los! Ja! Los, lauf davon, bitte! Warum steht der noch? Gehen! Ich muss einen Regenbogen finden! Wo ist der? Ich weiß es nicht. Siehst du schon irgendwas? Nee. Sieht ja noch nichts. Okay, die Parade startet pünktlich! Nicht. Um 8 Uhr. Um 8 Uhr. Um 8 Uhr 1. 4 Uhr Regenbogen. Ach du liebe Zeit, guck mal da drüben, da ist die Parade. Oh, wir sind falsch. Nee, es ist das Championat. Das ist das Championat. Ich wollte gerade sagen, der Server ist überfordert, der kann nicht gleichzeitig Championat und Parade abspielen. Also, wir haben jetzt gleich 2 nach Star Stable. Also, wenn die Parade in ein paar Minuten nicht losgeht, dann rieche ich den Regenbogen. Hallo? Star Stable? Star Stable? Star Stable? Star Stable, hallo? Star Stable? Star Stable, welches ist? Aber ich sehe gerade keinen Regenbogen. Wo ist der? Ist ja auch kein. Ich sage es euch, Star Stable will nicht, dass ich Regenbogen suche. Deswegen durfte ich das Update auch 5 mal runterladen, mir dann Star Stable komplett neu runterladen, nachdem ich es deinstalliert hatte und alles. Um dann online zu kommen, während ihr die ganze Zeit schon Regenbogen gesammelt habt, wenn der letzte gerade verschwunden ist. Oh, ah, es geht los. Jetzt passiert was. Jetzt passiert was. Es passiert was. Es passiert was. Ah, schön. Ah, schön. Ich bin zu schnell für die NPCs, fällt mir gerade auf. Daher kommt das Geklatsche. Oh mein Gott. Ich habe mich letztens, gestern, als ich Michelles Pferde versorgt habe, gefragt, wo kommt dieses ganze Geklatsche her? Wow, Feuerwerk. Ah, schön. Das ist schön. Ich bleib hinter dem Hanoveraner. Oh, no race, you're scary. Das ist schön. Oh, ich bin zu langsam. Ich bin zu schnell, fällt mir gerade auf. Schön. Das macht Spaß. Das ist doch hübsch. Das sind viel viele Leute. Das ist mal ein Trail-Rid. Das ist ein Trail-Rid. Ey, lass doch einfach das als Trail-Rid aufnehmen und dann so das Leute... Ja, und dann tun wir so. Dann tun wir so, als wären das alles Leute aus unserem Club. Ja, ist klar. Guck mal, das nehme ich mal eine Perfektion an. Wir haben mal alle unsere Sachen an. Guck mal, aber selbst die NPCs laufen miteinander. Sehr schön, sehr schön macht ihr das. Sehr, sehr toll. Ich bin stolz auf euch. Ey, hallo, Sommer! Ich bin schon wieder langsam geworden. Das ist voll hübsch hier. Das ist richtig hübsch. Richtig... Boah! Ich sehe keinen Regenbogen. Wo ist der Regenbogen? Ich sehe auch noch keinen. Link, hast du schon einen Regenbogen gefunden? M-m. Auch nicht. Star Stable, das ist nicht dein fucking Ernst. Doch. Das ist echt tagsüber... Ich bin so gefühlt nie tagsüber Star Stable. Ja, ich bin frühestens um 7 Uhr online, Leute. Wo bist du? Da hinten. Wo bist du? Hier vorne. Warum haust du ab? Ich bin mittlerweile bei dem Hafling angekommen. Ja, klasse Sache. Ist das voll hier? Ah, schade, dass hier irgendwie keine Musik läuft. Ich weiß noch, letztes Jahr habe ich eigene Musik darüber gepackt, weil da auch keine Musik lief. Da habe ich wirklich eigene Musik genommen und einfach drüber. Das weiß ich noch. Das war von diesen Katzen oder so, die da mit den Instrumenten durch das Bild gehen. Dieses japanische Video. Da habe ich die Musik genommen. Da erinnere ich mich noch dran. Das scheint echt kein Regenbogen zu sein. Ach man, Star Stable! Das ist schon der zweite Regenbogen, den du mir verwehrst. Du beschwerst dich über Regenbögen, die dir verwehrt werden. Ja? Tust du das? Ja. Mhm. Tue ich, ja. Einfach diese Leute, die da mittendurch müssen, ey. Oh, das ist voll süß. Alles voll mit Feuerwerk und so. Ich glaube, wenn ich mir den braunen Achal-Tekina hole, dann werde ich mir auch die Mena abrasieren. Aber bei dem finde ich das nicht ganz so tragisch, weil die Mena halt so fast zum Dings passt. Alles quetscht sich hier durch. Ist das voll. Boah, Leute. Chööööö, Mia hat sich gerade ausgeloggt. Wer? Mia. Ah. Wollt ihr mit Stay озjäger das Event nicht machen? Und die bitte dann dazu machen. Ist das ob so ausschaut? Ne. Ihr könnt mit ihr dieses Gold sammeln und mit ihr dann halt Geld damit farm, ne? Da fahren wir ja definitiv noch genug Zeit. Ich meine, du schaffst es an einem Tag, dir das gesamte Regenbogen-Outfit zu holen. Also ist jetzt nicht sonderlich aufwendig. Nein, ich bin auch so ein Mensch. Ich habe es geschafft, an einem Tag Spirit zu kriegen. So, dann machen wir jetzt hier noch so ein bisschen die Fete mit und dann ist die Folge beendet, würde ich sagen. Da der Regenbogen ja eh nicht aufgetaucht ist, fällt das ja flach. Leider, ich hätte heute gerne noch einen Regenbogen gesucht. Dann können wir ja in den Weg. Sofort. Plöpp. Die Pferde werden einfach alle unsichtbar, okay. Dann stellen wir unsere Pferde ja mal außen hin. Profis, durchseh dich nicht. Ich habe mein Pferde hier außen hingestellt. Ich würde jetzt sagen, jetzt tunen wir die Musik ein bisschen lauter. Natürlich mache ich. Ach, da hinten. Okay. Okay, klasse. Man hört hier gar keine Musik. Hörst du Musik? Ähm, gerade nicht, nein. Okay, cool. Moment, ich frage mal nach. Nee, hier ist keine Musik. Wie sad ist das denn? Okay, hier geht direkt voll ab auf der Tanzfläche. Siehst du das? Also wirklich. Nee, nee. Okay, ihr hört auch alle keine Musik. Gut, dann, ähm, äh, super. Tolles Event. Schön, schön. Gefällt mir. Bin gar nicht enttäuscht oder so. Ist das? Immerhin. Yay. Immerhin. Ich meine, es sieht ganz nett aus. Das hier sieht ein bisschen neu aus. Das ist neu gemacht. Oh mein Gott. Aber, ey Leute, das hier keine Musik läuft, ist doch schade. Was hast du? Guck dir mal Loretta's Pferd an. Wo ist Loretta's Pferd? Das ist, wenn du bei dir so nach links guckst. Ähm. Rechts an dem Dix vorbei. Okay, ja, dem Pferd geht's gut, den Zügeln geht's auch super. Aber immerhin, die Pferde schwenken alle super mit dem Kopf. Die sind fröhlich, die hören die Musik. Und weil die Pferde alle schon die Musik hören, ist für uns keine Musik mehr übrig geblieben. So sieht's nämlich aus. Achso, nee, dann kann ich nicht tanzen. Okay, schade. Gut, äh, dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach in der nächsten Folge von Let's Play Star Stable Online wieder. Hoffentlich mal mit ein bisschen was Neuem und Schönerem. Vielleicht eine neue Quest oder irgendwas, was sich Star Stable wirklich mal neu ausdenkt. Das wär doch mal schön. Wer weiß, vielleicht arbeitet Star Stable ja gerade mal wieder am was Größerem. Und das wär ja mal ganz nett. Und dann könnte man es auch im Nachhinein verzeihen, dass das hier so mehr oder weniger minder neu und besonders war. Ähm, ja. Wir sehen uns, wie gesagt, in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Okamis. Ahu!